einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauerinnen und zuschauer oder auch liebe traderinnen und trader wir wollen ja hier traden an dieser stelle ich heiße sie herzlich willkommen in der neuen handelswoche und natürlich gleich auch im neuen handelsmonat dem september jetzt geht es quasi stück für stück auf den herbst und auf weihnachten zu die börsen sind da immer in einer ganz besonderen stimmung was uns dieses herr erwarten wird wir werden es sehen spannend bleibt es auf alle fälle und deshalb schauen wir auch hier jeden morgen live in die märkte rein ich schreibe das ganze auch immer mit im blog für diejenigen von ihnen die das erste mal hier auch dabei sind ich gehe mal eben deshalb der blick nach oben auf meinen vierten monitor in den browser hinein und zeige ihnen einfach mal wo hier die nachrichten bzw die blog einträge immer veröffentlicht werden hier im blog auf ticmel gehen sie einfach auf die website von ticmel da finden sie alle informationen rund um die kontoarten die zu handelnden instrumente die trading plattform die werkzeuge also alles was sie brauchen um zu traden sie finden hier entsprechend mal die preisstellung die spreads was man zum traden auch wissen muss welche kosten in dem moment anfangen all diese informationen finden sie hier live mit drinnen und dann hier jeden börsenhandelstag sozusagen ein paar handelsideen aus meiner sicht auf die märkte und all die wie der ludger die hier live zuschauen ludger einen schönen guten morgen auch die einen guten start in die neue handelswoche ich lade alle ein wenn sie hier zuschauen ich weiß wir haben viele stille zuschauer wenn sie mal lust haben einen chart analysieren zu lassen dann scheuen sie sich nicht hier wenn sie live auf facebook dabei sind gleich einfach das symbol mal posten wo wir reinschauen können oder aber für diejenigen von ihnen und das sind ja auch eine ganze menge zuschauer die diese videos im nachgang anschauen gerne einfach hier auf facebook posten was mal besprochen werden soll oder per mail einfach antiken schreiben dann gibt es die info auch direkt für mich also dafür sind wir hier da das wollen wir gerne machen und nun geht es hier zurück zu den charts sozusagen in die aktuellen handelsideen allerdings nicht bevor wir den risiko hinweis besprochen haben der handel mit devisen und cfds auf margen ist mit risiken verbunden das kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren das mal als obligatorische risiko hinweis an dieser stelle und damit machen wir hier weiter mit den tages nachrichten ich hatte es in der letzten woche im freitag in der großen wochenvorschau auch gesagt wenn wir auf die nachrichten blicken heute ist in den usa feiertag da sind die händler nicht am platz und dann ist es so historisch gesehen ist es meistens so in der sommerzeit ist ja an den aktienmärkten meistens etwas weniger wert und dann wenn der erste feiertag hier im september um ist dann kommen die händler zurück an den trading desk und fangen halt an ja los zu traden die märkte in die ein oder andere richtung zu bewegen ein bisschen was ist dieses jahr anders als im letzten jahr oder als in den letzten jahren elena guten morgen auch für dich hier live und der olaf ist auch da das freut mich hallo olaf einen schönen guten morgen auch hier um die ecke so also zurück zu den märkten als ich war grad stehen geblieben jetzt kommen die händler morgen aus den usa zurück ich mache mal kurz den ton aus kleinen augenblick gut jetzt bin ich wieder zurück also noch mal jetzt kommen die händler rein und müssen sich natürlich in irgendeiner art und weise platzieren an den märkten und in den letzten jahren ist es ja immer so gewesen oder in vielen der sommer dass wir an den an den märkten im september und im august im september manchmal auch im juli so ein bisschen kursrückgänge über den sommer hinweg gesehen hatten das haben wir ja das habe ich auch schon gezeigt hier in den webinaren wir hatten häufig in den sommermonaten schön die situation dass die märkte etwas korrigiert sind luft geholt haben quasi für eine jahresendrallye auf die ja sehr sehr viele leute warten und jetzt ist halt die frage wenn wir in die usa blicken das ding ist ausgefallen ja das heißt also der markt ist jetzt hier an den usa noch nicht korrigiert so das ist jetzt die frage kommt jetzt im september noch eine korrektur dann hätten wir das schöne potenzial für eine rallye im jahresende kommt kommt die korrektur nicht ja dann schiebt sie preise halt weiter hoch bis an irgendein level bis diese fahnenstange vorbei ist und danach ist das thema erst mal erledigt für ein jahresendrallye wenn wir pech haben dann gibt es vielleicht einen jahresendkursrückgang weiß ich nicht müssen wir mal sehen auf alle fälle wenn sich was bewegt ist das ja schön für uns nur hier einfach mal mit blick auf das was in der zukunft kommen kann dann ja sind wir schon mal ein bisschen aufgestellt in unseren erwartungen weil wir traden ja an der böse erwartungen und die sollten hier auch in die richtige richtung gehen also wir haben hier eine große schere sozusagen zwischen den us märkten und dem rest der welt und diese scheren so ist es zumindest in der vergangenheit immer so gewesen bleiben nicht ewig aufrecht sondern gehen irgendwann wieder zusammen das kann in dem moment so aufgehen dass wir beispielsweise an den us märkten seitwärtsphase hatten und die anderen märkte holen jetzt stark auf oder die anderen märkte laufen jetzt einfach ein stück weit mit und die us märkte korrigieren dann irgendwann so dass diese schere wieder etwas zusammen geht sind szenarien mögliche szenarien wir lassen uns also überraschen was kommt wo wir uns nicht überraschen lassen müssen ist was jetzt kommt sie haben es vielleicht im blog auch schon gelesen heute geht es um den index euro stocks 50 ich habe auf der ur den us dollar schweizer franken und ja den wti den wti hat man in letzter zeit schon ein paar mal besprochen nicht zwangsweise immer aus handelsideen aber er ist halt gerade spannend der wti preis ist der öpreis warum er spannend ist sie sehen sich hat mal den chart hier im wti für sich schon offen wir haben hier eine extrem ja in meinen augen extrem spannende situation was macht das ganze ding momentan so spannend schauen sie mal wir haben hier jetzt in diesem chart drei trendgrößen ineinander laufen ähm oder beziehungsweise ja sozusagen eine situation mit drei verschiedenen komponenten wir haben zum einen hier blau eingezeichnet diesen abwärtstrend dieser abwärtstrend ist so lange intakt bis wir hier oben über diese 71 38 drüber gehen dann ist das ding gebrochen das nächste was wir hier haben ist dass wir hier abwärts laufend auch noch mal einen trend nach unten haben der wie sie sehen können auch aus einem untertrend besteht das heißt hier fließen diverse trendgrößen ineinander ähm und das ist immer sehr sehr schön zu sehen weil wenn die kleineren trends brechen dann wissen wir entweder die korrektur oder die bewegung ist erst einmal zu ende so was haben wir jetzt hier gehabt in diesem markt hier in diesem fall schauen sie sich an was hier passiert ist hier an dieser stelle hat äh sozusagen dieser kursanstieg den wir hier gesehen haben diesen bewegungstrend erst einmal rausgenommen ja der ist hier gebrochen worden an dieser stelle ähm und damit lief das ganze ding nach oben jetzt haben wir hier die schübe diejenigen von ihnen die hier schon häufiger zuschauen wissen dass ich bei solchen dingen bei der beurteilung von solchen dingen gern auch in den stundentrend hineinschaue und was ist hier passiert dieser schub hat auf alle fälle erst einmal den bewegungstrend gebrochen was ja ein gutes zeichen auch normal für eine korrektur ist jetzt wird es hier halt einfach spannend warum wird es spannend wir haben jetzt nach oben hin die wichtigsten dinge aus diesem bewegungstrend abgefrühstückt das heißt die kurslevel sind weg und wir sind schon fast hier oben ran gelaufen bis an die 71 38 wenn wir hier drüber laufen wird das ganze ding gebrochen das heißt dann ist der abwärtstrend erst einmal zumindest nicht mehr ganz so taufrisch aber wir haben jetzt ja untergeordnet hier jetzt schon einen aufwärtstrend also wir hätten dann den konsistenten aufwärtstrend der den vorhergehenden abwärtstrend oder den aktuell blau eingezeichneten abwärtstrend hier bricht das ist eine spannende geschichte also wichtig ist was jetzt hier oben passiert also ich zeichne hier auch in blau nochmal diesen rahmen in etwa ein also dieser bereich hier oben ist jetzt hochspannend da können an dieser stelle zwei sachen passieren die erste sache die passieren kann ist dieser trend bleibt intakt das heißt wir prallen hier oben ab und dann bildet sich sozusagen der neue weg nach unten das wäre mal interessant zu sehen was die stunde macht das heißt die stunde die abwärts gerichtete stunde wir können das hier jetzt schon sehen der stundentrend ist erst einmal gebrochen hochinteressant wird es hier unten bei 68 89 das ist so dieser bereich warum wird das interessant weil da sehen wir hier auf tagesbasis auch mal rücksetzer und dann in anstieg und wenn das ding hier gebrochen wird das wäre dann wirklich deutliches zeichen dass die märkte wahrscheinlich erst einmal noch ein stückchen tiefer korrigieren würden auf der unterseite auf der oberseite ist das jetzt hier mal nur so ein bisschen rumgeplänke bisschen kurzes luft holen und danach hier oben rüber zu steigen dann wäre das halt das potenzial dass hier oben deutlich bewegung entstehen können wir haben dann auch relativ nah das nächste tages hoch schon liegen und wenn wir uns in die stunde mal rein zoomen ganz kurz die sehens ich kleiner muss ich ein bisschen kleiner muss ich es machen damit wir die werte sehen die ich einskizziert habe wir sehen hier oben sozusagen an der und der stelle schon mal wieder ein paar ansatzpunkte wo eventuell auch ordens liegen können das heißt wenn dieser punkt hier die 71 67 gewuppt werden dann ist nach oben hin erstmal bisschen luft da und wenn wir starke dynamik bekommen dann kann es auch relativ fix da hochgehen also sie sehen hier dieser markt ist hochinteressant aus diesem grund hatte ich den jetzt mal wieder im fokus für sie und für ja alle die hier zuschauen sozusagen und für mich auch weil dieser markt ist natürlich auch für mich als trader interessant das ganze hier schön mit anzuschauen also die informationen hier live zum wti gerne auf der watchlist behalten und gucken was hier passiert heißt also sie sehen ja jetzt hier der abwärtstrend ist jetzt da der stunden abwärtstrend ist erst einmal gebrochen das hatte ich ja schon gesagt das haben wir auch im erst einmal eher nachfallenden kursen aus aber ob es so kommt wir wissen es nicht i don't know ich habe keine glaskugel von der seite her einfach gucken was wir machen können und mit gucken was wir machen können würde ich sagen verabschieden wir uns jetzt einmal vom öl und gehen direkt in den us dollar schweizer franken hinein mal ein stückchen währungsmarkt an dieser stelle auch wieder hier klatsch wunderbar was hier passiert ist es wieder mal markt technik trend folge ja wie sagt man das en vogue wie auch immer keine ahnung auf alle fälle es sieht richtig spitzenmäßig aus wir hatten hier eine feine über denen schauen sie sich das ganze ding mal an wir haben jetzt hier den diese dieses währungspathos hatten wir schon besprochen wir hatten ja diese brutale fahnenstange nach oben dann kam es zu dieser korrektur diese korrektur konnte auch sehr schön genutzt werden um den ausbruch mal kurzzeitig nach oben zu traden sie sehen es halt hier diesen trendkanal der hier entstanden ist ich zeichne ihnen den mal ganz kurz ein kurzen augenblick bitte mal ist jetzt nicht die richtige farbe aber spielt eigentlich keine rolle ich schiebe das teil einfach mal hinten schauen sie mal ganz jetzt ganz grob das ist jetzt nicht aufs feinste gezeichnet aber hier gucken sie sich diesen trendkanal an der lief hier wirklich richtig richtig schön nach unten und der ausbruch konnte hier kurzfristig nach oben getradet werden aber das ist alles vergangenheit das ist alles käsequatsch das interessiert uns jetzt an dieser stelle nicht mehr interessant ist was hier passiert schauen sie sich das ding hier mal an wir haben hier unten haben wir den großen schwarzen abwärtstrend gebildet und fein unten untergeordnet sehen wir hier den schönen blau eingezeichneten abwärtstrend und jetzt ist das was ich an diesem punkt so hoch spannend finde und zwar die tatsache dass wir genau auf diesem widerstandslevel auf diesem unterstützungslevel bei unten bei 0 96 480 genau aufgesetzt sind schauen sie sich das ding mal und danach sind wir hochgelaufen das ist eine richtig schöne umkehr kerze wenn wir uns das ganze thema mal in der stunde anschauen sehen sie hier den letzten abwärtstrend verlauf hier runter und jetzt hat sich hier untergeordnet sozusagen der der kleine aufwärtstrend gebildet und wenn sich das teil fortsetzen sollte und hier oben drüber läuft über die 0 79 0 97 1 6 4 dann hätten wir die situation dass wir möglicherweise einen rebound bekommen können der uns dann ein stück weit höher führt wir sehen auch hier im stundentrend dieser der hier schön nach unten gelaufen ist wo hier anlaufpunkte liegen im markt da kann sich jeder schön die punkte suchen wo er sagen kann okay wer kauft denn an dieser stelle auch nach mir diese marken sind definitiv ersichtlich das sehen wir auch im tagesstatt wir haben halt hier ein paar tageshochs auch liegen das ist interessant und das sind so sachen wo wir einfach sehen wenn wir so eine überdehnung haben es ist wie so ein gummiband wenn sie ein gummiband ziehen ich hatte den effekt glaube ich in der letzten woche markt hat irgendwann schnäppst das ding zurück und das ist halt immer hochinteressant für die kurszielbestimmung kann man dann auch sehr schön hier diesen bereichern wenn man mal diesen dritten trend hier rein nimmt diesen bewegungstrend sozusagen hier nach unten innerhalb dieses blau eingezeichneten trends dann haben wir hier mal einen korrekturbereich hier hatten wir einen korrektur hoch bei 0 98 6 3 2 und wenn wir das ganze ding mal ausmessen was ist ja ein rebound da ist es halt immer gut wenn man auch gute strategische vorteile aus dem markt sieht wenn man sieht wo können denn gewinnziele auch liegen und da kann man hier das ding einfach mal ausmessen diese letzte bewegung oh das war das falsche kleinen augenblick einmal weg dafür ich wollte eigentlich das haben so und jetzt messen wir mal kurz die bewegung aus und da sehen sie in dem bereich von 50% trade ich sowas ganz ganz gern das sind häufige rückläufe die wir auch sehen und da sehen wir in diesem bereich auch die möglichkeit dass wir hier ein tageshoch liegen haben was ja von den intraday tradern auch sehr gerne angelaufen wird also bleibt hier spannend wenn der markt wirklich rumdrehen sollte das heißt diese untergeordnete tendenz vom freitag fortsetzt dann hätten wir schon die chance hier nach oben zu laufen wenn wir gar nicht so weit laufen oder für all diejenigen von ihnen die sagen boah nee ich mag einfach kein gegentrend trading machen ich warte einfach mal ab wenn die korrektur endet dass es wieder rumdreht das ist auch in aller regel das wo man das meiste geld mit verdienen kann mit dem trend mit zu laufen dann schauen wir einfach bis er rum läuft auf der unterseite haben wir hier natürlich erst einmal jetzt die unterstützung hier diese dick eingezeichnete bei 0 96 480 wenn das ganze ding nach unten gebrochen wird dann haben wir auch relativ gut im chart erkennbar wo so marken sein können wo weitere verkäufer warten das wäre einmal hier unten die der bereich um 0 95 797 dann hier schauen sie mal hier das korrektortief was wir da hatten bei 0 95 393 und dann haben wir hier nochmal ein korrektortief vom vorherigen aufwärtsschub und da haben wir die 0 95 158 die wir hier an dieser stelle auch mit sehen können wenn wir uns das ganze ding auch mal im wochenchart anschauen dann sehen wir warum das hier oben so ein wichtiger widerstand gewesen ist hier haben wir einfach ein level ich ziehe das mal ganz kurz für sich rüber wo der markt hier ja schon häufiger nicht wirklich drüber rausgekommen ist und wir sind hier einfach nur aus einem tiefen schub nach unten extrem weit nach oben gelaufen und jetzt sehen wir mal wenn diese schwäche die hier vorher vorgeherrscht hat weiter sich fortsetzt was wir hier eventuell noch an potenzial für diesen trade auch haben das heißt hier unten haben wir mal dieses tief gehabt wir haben hier unten in diesem bereich eine eine unterstützung liegen die möglicherweise noch einmal angelaufen wird und das sind halt die spannenden dinge wo wir unsere trading ziele schön mit reinlegen können und dann einfach nur geduld brauchen und natürlich einen markt der hier mit uns spielt also der uns in die karten spielt sozusagen das dazu und dann schauen wir jetzt noch auf einen index heute ist mal wieder ein index dabei aber nicht den dax den dax haben wir hier so oft im markt mit drinnen viel viel interessanter ist was jetzt hier entsprechend im eurostock 50 im tagesschart passiert eben ich suchen das mal ganz kurz etwas größer hier an dieser Stelle wir haben jetzt hier einen markt der mit diesem großen schub hier nach oben diesen blau eingezeichneten abwärtstrend erst einmal gebrochen hat dieser abwärtstrend ist ja wenn ich das bild mal etwas kleiner ziehe hat ja genau hier unten in diesem widerstandsbereich umgedreht wir haben eine zone eine wieder entschuldigen sie nicht nicht widerstand eine eine unterstützung haben eine unterstützungszone zwischen 3360 und 3340 punkten hier ist der markt häufig schon reingelaufen und einfach wieder nach oben angestiegen und das war hier diese systematik wir haben hier keine neuen tiefs gesehen das war schon einmal gut als wir haben sozusagen ein höheres tief und dann ist der markt schön nach oben gestiegen und hat mal diesen untergeordneten abwärtstrend hier was die bewegung dargestellt erst einmal gebrochen und das ist jetzt die interessante geschichte hier an dieser stelle dass das bild ist immer noch nicht schick in diesem chart für mich ist das bild auch immer noch abwärts gerichtet und wir stehen hier in einer weiteren möglicherweise tieferen bewegung das muss aber nicht so kommen und was ich jetzt hier interessant finde ist ein kursmuster das habe ich schon sehr sehr häufig auch sehr gut und gewinnbringend getradet und zwar nach so einem steilen anstieg ich persönlich nenne das gerne high spike ist der markt jetzt hier in so einer art korrektur fenster nach unten gelaufen hoppala wenn wir uns das ganze mal anschauen ich klicke mal in die stunde das heißt ich schaue mir wenn ich noch keinen neuen trend habe sondern erst einmal nur die situation dass ein ein vorhergehender abwärts schub durch einen so ein spike getroffen wurde beziehungsweise gebrochen wurde gucke ich gerne hier in die stunde hinein und ziehe hier entsprechend mir mal den den letzten trend draußen da können wir hier schön diesen abwärts trend kanal auch sehen und hier ist jetzt die sache die für mich so interessant ist und zwar die sache wenn so ein trend kanal nach oben gebrochen wird dann ist die wahrscheinlichkeit da dass wir wieder in richtung dieser vorhergehenden high spike bewegung laufen und das ist das was hier passieren kann ich habe keine ahnung ob es passiert oder wann es passiert nur ich weiß dass diese kursmuster häufig gut funktionieren und ich meine wir haben heute noch ein bisschen so das thema us markt ist noch nicht da aber ich hatte auch die schere angesprochen wenn sich diese schere durch eine stärke der anderen märkte schließt dann haben wir hier doch das potenzial einen ausbruch nach oben hin frühzeitig zu traden und das ist dann das spannende weil wir hier in die lage versetzt werden dass wir aus dem punkt hier unten aus dieser doch recht weit gelaufen korrektur dieser diese initialen bewegung hier rauskommen und wenn sich dann tatsächlich die stärke weiter aufbaut nach oben hin haben wir erst mal hier ein paar marken wo man gewinn mitnahmen theoretisch planen kann aber für all diejenigen die sich sagen mensch wenn hier wirklich stärke reinkommt wollen wir doch mal gucken was passiert wenn wir hier drüber laufen und dann mal die ecken hier oben ab zu frühstücken das wäre dann natürlich sehr sehr schön weil wir halt früh in so einen markt reinkommen und das aus der stunde dann quasi in den tag reintraden können das braucht ein bisschen disziplin auch ein bisschen ruhige nerven aber der einstieg wenn der gut getimt wird dann kann man halt mit relativ geringem risiko mit ein bisschen glück auch in die richtig lange bewegung auch hineintraden und dass sowas funktionieren kann können wir uns auch mal noch anschauen wir hatten ich glaube am freitag war es gewesen ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken hatten wir hier warten sie mal ich muss mal kurz schauen ich habe es jetzt nicht mehr genau im kopf ich hatte ein schönes set up aus einer wirklich tiefen wochen korrektur gehabt ich blick einfach noch mal kurz am freitag rein hier in die handelstehen für den 31 august us dollar dänische krone war es gewesen das set up lief letzte woche hervorragend auch an us dollar dänische krone ich muss noch mal kurz rein dass war das noch mal revue passieren lassen können us dollar hier da ist es d so zack gucken sie sich das mal an wie schön das ganze ding hier funktioniert wir haben hier wirklich eine hervorragend tiefe korrektur gehabt hier tiefe korrektur hier war ein support level und da gab es das umkehrsignal ja das war hier am freitag am donnerstag kam das umkehrsignal am freitag haben wir darüber gesprochen das wurde hier getriggert und da sehen wir auch hier mal live was in der stunde passiert dass wir sehen hier hervorragend eins zu eins die umsetzung von einem meiner lieblings handels musste dem mike's reversal pattern wir haben hier schön den letzten schub den letzten bewegung schub gehabt der wurde hier rausgenommen dann gab es die korrektur aufwärts trend bildung und dann kann man das ganze schön nach oben schritten jetzt haben wir hier einen schönen stabilen aufwärts trend in der stunde der in den trend des tages läuft und das potenzial nach oben ist halt da hier wird es auch immer mal korrekturen geben das ist ganz normal und ganz gesund nur wir sehen welches potenzial der markt hier hat und wenn er tatsächlich hochlaufen sollte dann sind wir hier extrem risikoarm reingekommen den trade möglicherweise sogar schon je nachdem wie sie ihr risikomanagement planen auf break even nachgezogen und dann kann man das ganze schön in aller seelenruhe hier nach oben laufen lassen wie schon gesagt da muss der markt ein bisschen mitspielen aber die chance ist definitiv da und deswegen gucken wir auch hier drauf so jetzt schaue ich noch mal eben in den chat hier hinein auf facebook da steht jetzt nichts weiter drinnen also an dieser stelle danke danke für ihre geduld ich hoffe ich konnte in die ein oder andere interessante stelle hier in den charts auch zeigen wir lesen und hören morgen wieder voneinander um die gleiche zeit 8.30 Uhr starten wir hier mit der besprechung deutlich vorher gibt es dann natürlich auch auf dem blog eintrag von ticmel wieder die handelsideen in schriftlicher form mit bildern und dann um 8.30 Uhr geht es los ich freue mich drauf allen einen schönen guten start in die woche genießen sie die zeit soweit sie können gutes trading bis morgen machen sie es gut ihr max heidel bye bye wir sehen uns beim nächsten Mal